Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Freunde, wir haben ja noch zwei Sachen über hier, deswegen willkommen hier zur EP-Reaction, zu der Pet Smoke EP. Wir fangen an mit Trap House und dann haben wir noch, ich schaue ganz kurz einmal nach, Crew und Top Boy. Einige haben gesagt, dass da der eine oder andere Track noch drauf ist oder einige meinten einfach, ey, Pet Smoke EP feiere ich am meisten, da sind so geile Sachen noch drauf. Ähm, ich bin gespannt, ich freue mich drauf, wir haben morgen die Mavi EP, wir hatten jetzt hier, ich glaube, zwei Tage, ein oder zwei Tage Verspätung, sorry. Ähm, aber morgen auf jeden Fall die Mavi EP, auf die freue ich mich auch so sehr. Ähm, Philipp, mein BBM-Homie hat gesagt, Generation Mavi ist 10 von 10. Ich bin sehr gespannt, man, ich freue mich drauf. Jetzt aber erstmal die, ähm, Pet Smoke EP, wir fangen an mit Trap House und, äh, falls ihr noch nicht mitbekommen habt, meine Kollegah-Reaction ist schon online zu Klassik-Musik, ein Meisterwerk geworden, Junge, ich habe mich unfassbar gefreut. Ist schon online, Asche-Reaction kommt morgen übermorgen, habe ich auch aufgenommen, ist aber noch gesperrt, muss ich ihm einmal durchschicken, dass er sie entsperren kann. Ansonsten, wir haben quasi alles aufgenommen, ich habe alles aufgenommen, was rausgekommen ist, gefühlt. Falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, jetzt in die Kommentare schreiben, dann nehme ich das noch morgen übermorgen auf. Und, ähm, ja, das ist alles, wir hören jetzt rein hier bei Trap House. Junge, ich freue mich drauf. Dazu natürlich hier, in alter Manier, Monster Rehab. Falls ihr Eistee mögt und Energydrinks mögt, gönnt euch das. Nicht zu süß, wenig Kalorien und ist halt einfach basically Pfirsich-Eistee, weil alles andere an Eistee ist Trash, außer Wassermelone. Correct me if I'm wrong. Ähm, Pfirsich-Eistee von Monster. Mach mal nichts falsch, vertraut mir. Oh mein Gott, ich hoffe, aber es ergibt keinen Sinn. Dieses, dieses, hallo Spongeboss, kannst du noch mal schnell rappen? Das wäre geil, aber obviously kommt es nicht, weil Spongeboss hier nicht vertreten ist. Boah! Junge, ich hab, ich seh in so nem ganz komischen Mischmasch Sunny, Farid und Patrick. So, vor, vor so nem Mike stehen immer mal wieder. Junge, aber der Beat ist mies, das, das kommt gut. Junge, ich hab dieses komische Bild echt im Kopf, keine Ahnung. Es ist, also ich hab basically dieses Patrick-Bank-Kostüm, das ich auch hatten, aber ich hab im Kopf, Junge. Ey, das ist, das ist nice. Es ist actually not bad. Es ist actually not bad, man. Also, ich sag's dieses, der Beat ist, der Beat schallert mies rein. Das ist, das ist eine typische Farid-Zeile gewesen so. Bin ich ein Killer? Vielleicht. Das da kam direkt Farid hoch. Ey, das ist echt schick. Also, ich will jetzt auch nicht sagen mit, ey, das ist echt gut von wegen, ich hab jetzt nicht schlechtes erwartet oder so, aber es ist ja trotzdem eher so ne Spaßfigur nochmalchen, anderer Charakter und so. Aber ich find's nice, dass es halt trotzdem, gerade der Beat, ey, das passt perfekt zu dieser, zu dieser tiefen, basshaltigen Stimme so. Auch dieses, hä, dieses Lachen so, dieses, dieses stumpfe, dumme Lachen, hä. Ich tanke den Bands am Fall, Zombies auf Enter, nö, ich bin auf dem Mälder Rock, cool. Niemand, der fällt und vergisst der Smoke, ich bin aus der Crip, ich kenne den Code. Sie tragen Messer, doch alles nur Schau, egal wer von mir stand, ich hab niemals gejogt. Ich hab jetzt die Schuss in der Kalaschnikoff, aber wenn das nicht hilft, hat mein Homie die Fofo. Kooperieren ist no go, ich bin niemals mit meinem Mojo, sitz im Bugatti, Dripal, Tsunami, mit ner Bitch aus Ukraine, nimm sie mit zur Poolparty, okay, 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 okay. Okay, also am Ende, jetzt kommt wieder dieses, wo war denn das drauf, Mann, wo war denn dieses, war, bei Yuri nicht, aber irgendwo war doch auch ein, oder war bei Brattern und Verwitterst 2 irgendwas mit Patrick, Patrick Bang, Pat Smoke drauf? Ich glaube nicht. Kurz die Luciano AdLibs auch noch reingepackt. Junge, die AdLibs! Das hört sich ehrlich, das ist ehrlich vom Beat her und allem drum und dran, so ein bisschen auch auf Luciano angelehnt. So, vom Shooting. Aber ich sag's, wie's ist, das war not bad, das war not bad, das war not bad. Wir waren direkt rein hier bei Crew. Aber ganz kurz zu Trap House noch, der Beat war ja Mashallah, Junge, der Beat war so gut, so strong einfach. Keine Ahnung, war jetzt ehrlich, ehrlich not bad, also ich hoffe, wir haben hier vielleicht noch ein oder andere, mehr lustigere Zeilen drin, so. Das hat mir so ein bisschen gefehlt vielleicht, so lustige Punchlines. Aber war gut, war gut vom Soundbild her. Ich sag's, wie's ist, Jogi, ich sag's, wie's ist. Wir haben rein bei Crew als nächstes. Sommer, Strand, Sonne. Good Life, Crow. Oh, vielleicht Crow. Crew, Crow? Erinnert mich direkt an Crow. Sommer, einfach. Beach. Patrick Bang am Beach. Das ist so wild, man, das hört sich jetzt gar nicht mehr nach San Diego an, Junge. Okay, solche Zeilen hab ich vermisst. Besser hoher Kontostand als hoher IQ. Solche Zeilen wollte ich noch eben hören. Okay, geil. Doch, Digga, sowas. Also erstmal, ist schwierig bei Patrick so, mit dem Gangsein, aber guck mal, wie ich dich mit dem Gangsein finger. Digga, diese lustigen Zeilen, die hab ich halt eben so ein bisschen vermisst, aber es war halt eben auch auf Trap House. Das wollte auch einfach dieses Soundbild darstellen. Geil, Mann. Ich feiere halt Sonny für seinen Humor einfach so, wisst du, für diese stumpfen, plumpen Zeilen so als Patrick. Und ey, ich frag mich echt, wie er diese Stimme macht. Also ich weiß nicht, ob und wie viel danach bearbeitet ist, aber ich glaube, so, da ist nicht viel gemacht worden. Er macht die Stimme einfach so. Dinner, Champion of Zimmer, make it rain, guck wie ich dich mit dem Gangsein finger. Ich bin Street-Fam und Rich, will kein Relationship, ich will BJs und PJs, du B***h. Einfach, ich hab einfach Patrick mit dieses Patrick-Bank-Kostüm irgendwie an so einem Pool in Ibiza im Kopf. Sie wird für mich ne Kugel fangen. Ey, es ist einfach immer noch schön, Junge. Ich warte noch auf den Tag, wo Thaddeus, Thaddeus rauskommt, Junge. Wo Thaddeus einfach auch irgendwo ein Part kickt. Das würde ich sehen, das würde ich fühlen. Oder denkst du, wie heißt dieser Typ? Larry. Larry, dieser Hummer, dieser Muskelprotz. Mhm. Diese Adlib, Junge, Baby, schluck meine Kinder. Blowjob. Yeah. Ja. 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 Ich könnte auch ehrlich so ein, keine Ahnung, so ein Muskelprotz sein, der schon so ein bisschen südländisch ist, aber noch dunkler gebräut ist, als er eigentlich ist, zu weiße Zähne hat, so wisst ihr, so eine richtig fette, zu große Sonnenbrille hat, so würde ich ihn mir als Menschenversion auch vorstellen, weil ich hab bei solchen Sachen auch nicht mehr so Fahrräder im Kopf so oft. Bieter ist aber auch geil, man soll mal in der Kirche schneiden. Okay, also, Trap House und Crew, sehr, sehr unterschiedlich vom Feeling her, vom Vibe her, von allem her quasi. Sogar hier, wisst ihr, sogar hier macht er so ein bisschen, keine Ahnung, versuchst es euch nochmal anders auszuprobieren auf dieser Bonus-EP. Letzter Song von, ähm, von Sunny quasi, vom Album jetzt, Top Boy, ich freu mich drauf, Junge. Ey, Humor ist hier ehrlich nice, Mann, der Humor ist hier ehrlich nice. Und es sind halt actually auch so, Dings, Trap House war actually auch nice, also den würde ich mir auch so geben, allein weil der Beat so mächtig war. Ähm, ich freu mich jetzt auf Top Boy und dann haben wir morgen auch noch die Mavi-EP, Junge. Ha, geil. Guck. Guck. Das Leben ist ein Geben im Himmel. Ich stehe mir in den Stich und nehme den Himmel. Okay, das ist geil, das ist geil. No joke, bis jetzt, das hört sich so gut an. Einfach Drillbeaten. Diese Ad-Lips sind es einfach. Gib niemals auf Kombi, kick down, denn draußen wart ein Zombie. Bin auf der Jagd, meine Shooter sind ready für Bella, kein Neff auf die Tischpolitik. Excelentzer drauf, kicker Musik, Brüder im Knast, Nikla Police. Two on two, ten on ten, Junkies sind auf dem Kokain-Film. Neun Millie unter dem Fassersitz, bleibe Killer, bitte shame. Im Ghetto, sterb im Ghetto, so wie George. Yoga, ich sag's wie es ist, das hört sich bis jetzt so strong an, einfach. Im Ghetto, sterb im Ghetto. Ego sind besser als die real, ernsten gemeinten Songs von anderen Rappern, Junge. Im Ghetto, so wie George Floyd. Ich komm wie der Präsident mit einem Convoy. Bricks and Milo, Dior, Settleback, bin Topboy. Ja, ich bin Topboy. Ja, ich bin Topboy. Das ist ehrlich gut, Mann. Das ist ehrlich gut. Also auch Soundpill, hier wieder so ein bisschen das, was Luciano gerade macht, der Drillbeat, aber auch so die Ad-Lips und auch dieses Sample hier drin. Junge, das ist gut. Oh, every Sunday you just hit me. You have a fun and we're getting. You have a fun and we're getting. Oh, you do me, do me, do me. Every Sunday you just hit me. You have a fun and we're getting. But you doesn't cry like the West Side. You can go be in the sideline. Oh, every Sunday you just hit me. You have a fun and we're getting. What do you have fun and we're getting. Cool, ich guck, okay, ich guck. Trade keine Dodge Coins. Pull up in dem Rolls Royce. Driller in Manila, Killer wie Vanilla, Vita, Vida, Lila, Topboy. Boah, geil, Driller in Manila noch erwähnt. Geil. Pull up in dem Rolls Royce. Driller in Manila, Killer wie Vanilla, Vita, Vida, Lila, Topboy. Plattenbau sowie CD-Presswerke. Rex, die ich mach keine. Plattenbau wie CD-Presswerke, yeah. Vanilla, Killer wie Vanilla, Vita, Vida, Lila, Topboy. Plattenbau sowie CD-Presswerke. Rex, die ich mach keine Ehrenwerte. Trotzdem fahren wir Mercedes-Sterne. Du weißt, Drogendealer sind die Mädchenschwärme. Mike and Mary, Mike and Mary. Dirty Diana, Diana. Tony Sosa, Tony Sosa. Gucci Bandana Gang Member. Baby, welcome to the party. Pappen is Annie, Pappen in Mali. Lomas Pakete gepusht in dem Skaterpack. Heute skate ich auf ein Rari. Junge, ich fühl halt, ich fühl die Bridge halt ultra, muss ich sagen. Also die Bridge, die jetzt kommt, die fühl ich ultra. Ghetto so wie George Floyd. Ich komm wie der Präsident mit einem Convoy. Ricks and Myler, D.O. Settleback, bin Topboy. Ja, ich bin Topboy. Ja, ich bin Topboy. Das ist halt gut, Jogi. Das ist gut. Krass. Also ich sag's ehrlich, wie es ist. Diese Spaß-Songs von Sunny sind Real Talk besser, als richtig ernst gemeinte Songs von anderen. Geil. Geiles Sable auch reingepackt einfach, Junge. Geiler Beat, geiler Bridge. Und sowas kriegen wir einfach als Bonus in die eh schon viel zu vollgepackte Box rein, Junge. Geil. Ultra nice. Ultra nice. Ich sag's, wie süß. Also der eine, dieser eine, ähm, Crew, Crew fand ich okay. Hatte jetzt nie, hm, war okay. Aber, äh, Topboy und Traphouse, Junge, die waren ehrlich, richtig, richtig strong in my opinion, Digga. Die haben mir übel gut gefallen. Krass. Krass, ey, ich bin voll happy. Das einfach als Bonus noch bekommen. Ultra lustig. Äh, hier wird da ein paar geile Zeilen reingepackt. Ähm, guter Humor dabei. Und halt, actually, gute Songs. So, ich sag's, wie es ist, ja. Äh, ich freu mich sehr auf morgen, auf die Mavi EP. Und, äh, vielen Dank, dass ihr so aktiv am Start seid, ja. Äh, schreibt gerne mal rein, welchen Track von den drei von dir am besten. Äh, ich, ich finde, actually Topboy. Topboy war am stärksten in my opinion einfach, ja. Ähm, ja, ansonsten, ich freu mich drauf, mit euch, äh, morgen mal V abzuchecken. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt so fresh und gut aussehend wie immer. Und, ciao.